Hi Freunde, Servus, ich bin der Randon, wir spielen Ratchet und Clank weiter und begeben uns jetzt nach Calibro 3. Ah, schöner Ladebildschirm. Ich trinke noch den Rest von meinem Kaffee, das bisschen was ich noch hab. Ciao Mama. Ha, schieb ich nicht, neuer Waffe. Ich warte bis zum nächsten Automat, mir reicht das Geld eh nicht. Wie im echten Leben, mir reicht das Geld nie. Tanzt ab. Wisst ihr was, ich wechsel auf den Pasmasträger. Äh, das Ding da oben macht mir Schaden, ja. Ja, Level 4 für die Buzz Blades. Ha, da ist fast runtergefallen, ey. Jetzt kaputt? Ja. Ha, ungleich die Munition wieder aufgefüllt. So ist gut. Schöner Spot. Zum Snipern. Gut. Ah. Ja. Perfekt und ich fülle gleich wieder auf. Wir müssen die Harro-Guys bekommen, bevor wir auf den Planeten. Es ist kritisch für Alariss' Plan. Ah, hopp. Sehr schön. Geile Scheiße, direkt alles weggesnipert. Und in dem Zug natürlich auch die Waffe aufgelevelt ein bisschen. Läuft. Da ist schon wieder aufgestockt an Munition. Bin grad ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss. Finden wir aber gleich alles. Ich hoffe, ihr habt, äh, 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 die, diejenigen, die es gucken, die, die Zuschauerzahlen sind relativ gering. Hier bei dem Spiel. Weil ich hoffe, dass die, die Zuschauer auch ihren Spaß damit haben. Alter, alter, alter. Das hier abgeht. Konzentration. Cool gemacht. Mit den Zügen und Ausweichen und was weiß ich. Äh, fuck. Äh. Müssen wir das jetzt alles komplett nochmal machen? Äh. Ja, gut. Der gestorben ist, äh. Äh. Weiter, 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 weiter. So, linke Rail. Flash the Rail. Rail, 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 rail. Use your Omni-Wrench. Das, warum reicht denn das net? What the fuck? Probieren wir's halt ein drittes Mal. Okay. Läuft. Jetzt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. dass der um die Kurve springen kann. Und wieder auf die Hauptspür. Und wieder auf die Hauptspür. Hoffentlich kommt gleich das letzte. Ich hab keinen Bock, das nochmal zu machen, alles. Ratchet, komm in. Wie geht's da dringend? Hast du die Hala-Guys? Nicht noch, aber wir arbeiten an es. Ich musste nur ein paar Sachen erst. Ich fahre das. Gut, Glückwunsch. Boah. Alter, alter, alter. Da ist es. Geil, O-Mart. Und zurück, hopp. Mich wundert es, dass der um die Kurve springen kann. Beim Grinden. Ey, wie geil das aussieht, ja. Ja, goldener Bolt, hopp. Und zurück, mein Gott. Ah, die Points of Interest und sowas. Äh, da finde ich wahrscheinlich die Nebenquests. Das ist gut. Nur wie benutze ich's? Wird es auf der Karte? Ja, es wird auf der Karte angezeigt, seht ihr? So können wir dann später auch die Gehirne finden und so ein Quatsch. Sehr schön. Okay, ich denke, hier ist sie mal fertig. Fahren also wieder zurück. Was hier los ist? Das Wasser, der Himmel, The Ratchet, das sieht alles so schön aus. Ich habe dir gesagt, die Grumatron-Rum ist nicht ein Ort, um deine Partie zu halten. Die Grumatron-Rum. Äh. Hä? Kann ich noch Raketen drauf? Ich krieg das Ding nicht down, gell? Macht das überhaupt Damage? Äh, komm. Gut. Level-Ups machen wir später. So, jetzt können wir weitergehen. Okay. Äh, wo ist die Disco-Kucka? Hier. Ist ein bisschen komisch zu steuern, grad, weil ihr mit dem rechten Stick die Richtung wählt und mit dem linken euch bewegt. Aber die Blades tun hier einen guten Job. Geil, Level-Up. Besser geht's das. Hallo. Send Security-Bots to the Warlocker-Testing-Area. Our Stark-Pile muss die Blades in den langen Händen. Find the Focus Lab. Alla hopp. Let's kill us. Schade, die Hunde vom Glove of Doom, die, äh, erreichen die Oben nicht. Oder haben die Oben nicht erreicht. Scheiße, die Waffe reicht nicht. Ehh. Gut. Munition... Haben wir ja keine. Also, rüber. Wunderbar. Dass die einfach explodieren, die armen Hunde, äh. Voluntier-Detektiv in Pyrocitor-Room. Prepare for Annihilation. Gut. So, da die Waffe jetzt leer ist. Was nehmen wir? Oh, ein bisschen Pixel-Leiser. Schön vorsichtig. Lebt noch. Test complete. Ah, das war vorhin die Stelle, wo ich so schön aufgeräumt hatte. Pixel-Leiser-Level up. Hopp, 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 hopp. Ich steppe. Ich steppe. Ja, 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 ja. Nehmt mal den Predator Launcher. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Level up. Diesmal achte ich mehr auf dem Boden. Ist nicht verkehrt. Oh, wie komisch denn da rüber. Hm, guck mal später. Genug Geld für die Schafwaffe habe ich auch noch nicht, ne? Ne. Aber wir könnten mal upgraden. Und zwar die Buzzblades weiterhin. Ich mach's! Wunderbare Waffen. Also ich find die Buzzblades echt geil. Bladesplitter, jawoll. Eins haben wir noch. Mach mal auf Glove of Doom. Schau an diese Waffen. We should be able to rotate this room. Dreh der durch. Noch jemand? Lass mich mal testen. Doppelsprung R1. Ich probier's aus. Höh. 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 Neen! Ha! Schafft. Gut. Äh, kann ich davon abspringen? Ah, ich hab's gesehen, wie's funktioniert. Ja. Wollte ne Schraube, du gehörst mir. Sehr schön. Dann. Fahr mal weiter. Nein, nein, nein. Ich wollte das Ding noch einsammeln. Nein, nein, nein. Es sieht aus, wie unsere Töne, um die Autorität zu verabschieden. Wir haben eine Anwendung. Wir haben's. Haben wir's. Ich glaub, wir haben's. Ich glaub mir, wir haben's. Oh, nächster Testraum. Fusion Grenade Test Lab. Okay. Wenn ihr meint. Oh Gott, lauter Schaden. War's das schon? Ja, das war's. So, Snipern. War, glaub ich, nicht so ne tolle Idee. Alter, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Wir müssen zuerst das Raumschiff da oben erledigen. Was nehmen wir denn dafür? Ah, falsche Taste. Wo ist die Disco hier? Oh Gott. Ahi, ahi, ahi. Eh... Energi? Hopp, Farek. Oh, 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 oh. Oh, oh, ahi. Äh, Pixel, Eis... Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jetzt wird es echt hart, gell? Alter. Wenn das Nachtmärchen vorbei ist, holen wir den Hoverboard-Kurs. Wir müssen jetzt sein. Lass uns ein Gespräch. Ich glaube nicht! Ratchet & Clank hier in Gadgetron! Der Name ist Wendel Lumos. Ich bin der CEO dieser gute Unternehmen. Großartig von deinen Weapons, Mr. Lumos. Klank und ich sind auf eine Mission für die Galaxie, und wir brauchen einen von deinen Holo-Guys. Hm. Ich glaube, wir sind aus diesem Produkt. Diese Blarge haben wir in unsere Stockpile. Hehehe. Minor Probleme, sicherlich nichts zu machen. Wir haben noch den Prototypen, aber es ist jetzt ein Priz in unserer Hoverboard-Kumpetition. Sie sind noch immer noch neue Spieler? Natürlich. Aber wie Sie sehen, wir haben ein bisschen ein Problem. Die Blarge haben unsere damen heute Morgen. Ich glaube nicht, Sie haben ein Hydro-Displacer, oder? Okay, so wie es aussieht, sind wir beim nächsten Mal wieder an einem Hoverboard-Race beteiligt. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.